Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Blog von uns. Felix fährt gerade sein neues Auto. Felix hat heute sein neues Auto abgeholt. Und auf Instagram haben mich ja so viele gefragt, ob wir auch sein Auto zeigen können. Und natürlich machen wir das. Ich hoffe, dass es jetzt nicht regnet und wir euch das Auto gleich mal zeigen komplett. Ja, weil es sieht gerade sehr nach Regen aus. Und es grummelt auch schon und es ist Unwetterwarnung und so. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Obi. Zu Obi. Denn wir haben uns einen Wohnwagen gekauft, weil wir leidenschaftliche Camper sind. Und der muss noch so ein bisschen repariert werden für den TÜV. Und da braucht mein Vater jetzt noch ganz schnell eine Steckdose. So eine Steckdose für den Anschluss. Also einfach so eine Steckdose. Ja, und die wollen wir jetzt kurz holen. Und Baby ist natürlich auch mit dabei. Die sitzt hier im Cybex. Sie ist mit Isofix befestigt. Weil einige immer sagen, sie sei nicht angeschnallt. Aber das ist Isofix. Und dann braucht man das Kind nicht anschauen. Also das ist halt, ich glaube ja, das muss ich meinen. Also so sieht das Ganze hier von Felix Seite aus. Tada. Und was sagst du? Ja, also besser geht's nicht. Ja. Also doch besser geht. Gut. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen über das Auto. Ja, es ist ein Audi Q3 Baujahr 2000 und 19. Ähm. Und hier jetzt ein sehr großes Display, wo ich halt alles wieder rein habe. Also von bis, mit Navi und allem, so dann halt alles, was der neuesten Auto mit haben muss. Oh nein! Es regnet. Dann habe ich hier vorne mein virtuelles Compact. Da kann ich halt zwischen einzelnen Dingen durchswitchen. Ja, was kann man sonst erzählen? Äh, ja. 190 PS, Automatik. Genau. Drive Select hat er auch. Sportgetriebe. Ja. Hier, das ist Felix Auto. Ich, ähm, oder wir werden ihn auf jeden Fall noch von außen zeigen. Von innen. Ja. Sieht so aus. Er hat Alcantara-Leder hier mit da. Auch richtig schön. Und, genau. Jetzt haben wir, wie gesagt, zu Obi. Und nehmen wir euch einfach so ein bisschen mit durch den Abend noch. Weil es doch schon ganz schön spät ist. Aber ich mir dachte, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was vloggen. Aber ich glaube, wir flicken gleich wegen dem Regen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.